Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Black Box Man für dich. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Black Box Man habe ich im Abo, die erscheint alle zwei Monate. Kostet regulär 24,95 Euro, aber du hast immer irgendeinen Rabattcode, wo du deine 8 Euro mit sparen kannst oder 6 Euro. Sodass sie dann nur noch 16,95 Euro kostet, dementsprechend. Muss man die nicht zwingend im Abo haben. Ich finde das immer ganz praktisch, weil dann kann ich die immer direkt hier so vorstellen. Und ja, wie der Name schon sagt, es ist eine Box für Männer. Und da ich tatsächlich in meinem Umfeld nicht nur meinen Freund habe, sondern auch meinen Vater, Schwiegervater, Stief, Schwiegervater in Spie, Stief, was auch immer, alles mögliche. Ich habe so viel in Spie und Väter und Opa und so, habe ich mir gedacht, macht es Sinn, die zu abonnieren. Und ja, auch wenn die Videos hier nicht so gut laufen, also mit Black Box Man Unboxings, weiß ich, dass der ein oder andere sich immer wieder drüber freut, wenn ich sie hier auspacke. Also, würde ich sagen, habe ich schon gesagt, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Keine Ahnung. Falls nicht, habe ich es jetzt gesagt. Falls doch, hol dir noch mal was. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weil dieses Mal, Alto Belli lag so viel neben dem Karton. Denn normalerweise haben wir ja diese Black Box, die ich dir gerade gezeigt habe. Und dann ist da halt ein Umkarton drumherum. Und da lagen dieses Mal drei Produkte drin. Normalerweise hast du so vielleicht mal ein Produkt neben drin, weil es nicht in die Box passt. Aber dieses Mal haben sie rausgehauen. Für Dezember und Januar. Also, es ist dann ja auch in dem Sinne die Weihnachtsbox für die Männer. Cool finde ich bei den Boxen halt immer, du hast irgendwie immer irgendwas für die Körperpflege mit dabei. Du hast auch immer irgendwie ein Parfum oder so dabei. Perfekt, um es weiter zu verschenken. Also, für mich persönlich ist es ideal, denn ich bin so ein Beauty-Verschenkemensch. Warum auch immer. Sie hat einen Beauty-Kanal. Und hier haben wir dann tatsächlich die Box, die sehr gewölbt ist, wo jetzt kein expliziver Duft rauskommt. Und dann mache ich einmal das Seidenschleifchen auf, öffne den Kili B. Und dann haben wir tatsächlich hier auch schon den Blick in die Box und ihr seht, wie prall das gefüllt ist, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Und ich sehe hier schon wieder, ich glaube, wir haben hier echt schon wieder ein Parfum drin. Also, es ist ziemlich geil für Menschen, die halt so auf dieses Abwechslungsgedönsen stehen. Und geil bei den Männern ist halt wirklich, du hast es nur alle zwei Monate, hast die aber proppevoll mit Full-Sizes. Und das kannst du halt aufbrauchen. Okay, aber wir haben zuallererst hier mal so ein kleines Motto mit drauf, denn so ein bisschen, bisschen was Fancy-Panziges gibt uns dann auch das Blackbox-Man-Team noch mit an der Hand. Gentlemen. Für die einen die Bezeichnung ehrenhafter Männer, für die anderen das Qualitätssiegel von Geschmack, Genuss und Grandiosität. Für uns sind Gentlemen das Motto der neuen Blackbox-Man. Sie ist eine Art Gentleman's Club, eine Privatbox der besonderen Art, mit speziellen Vorzügen für alle Mitglieder, exklusive Produkte, souveräne Erlebnisse und charmante Angebote in stilvollem Ambiente. A gentle welcome. Na, schon scharf, ne? Also, das kann man nicht anders sagen. Die Männer haben das hier immer ein bisschen kurz und knackig abgebildet und sind aber auch mit Preisen. Ja, sehr cool. Dann, ne, blende ich euch ja auch immer mit ein, was sowas wert ist. Ja, gut, ne? Ein Gentleman startet die ganze Schose mit ein bisschen Snackerei und ein bisschen was zu trinken. Da habe ich zuallererst ein Guinness drin. Draught Stout. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, das werde ich tatsächlich heute Abend, also mein Freund ist gerade am Kochen, mir mit meinem Freund mal teilen, ne? Das ist so ein Humpen. Mit 440 Centiliter müssten das dann sein. Schankbier 4,2 Prozent. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Wir trinken eigentlich nicht so wirklich Alkohol, aber wenn sowas mal mit drin ist, warum nicht? Und da die Box halt gerade erst geliefert worden ist bei uns, ist das echt schön kühl gerade, ne? Finde ich cool. Dann haben wir hier noch etwas für die Füße. Kleinigkeit? Oder ist es überhaupt für die Füße? Normalerweise ist dieses Kalusan noch immer für die Füße, ne? Wie oft hat sie Füße gesagt? Schreibt das gerne in die Kommentare. Pforte mit über 15 Prozent Urea. Das ist Hardcore. Bei Hornhaut und Schrunden für Diabetiker geeignet. Das ist echt Hardcore, ne? Wie viel haben wir denn hier drin? 300 Milliliter. Also da kommt Mann mit Doppel-N oder mit einem N, wie auch immer man das möchte. Mein Bauch sagt, ich habe Hunger. Tatsächlich ein Jahr mit aus, oder? Weiß ich nicht. Also Ewigkeiten in drei Tage. Ich finde es ganz cool. Also dass ich jetzt wirklich so Hardcore-Schrunden oder Hornhaut oder so hätte, ist bei mir jetzt Gott sei Dank nicht so der Fall. Bei meinem Freund auch nicht. Aber ist nicht verkehrt, ne? Sowas zu verwenden. Ich verwende jeden Abend nur Fußcreme. Und ja, cool, ne? Da haben wir so einen Fußschaum mit drin. Ich finde die von Kalusan, die stinken immer ein bisschen. Das ist nicht ganz so meine Welt. Hier haben wir was drin, was ich sehr, sehr witzig finde. Ich habe letztens ein Tauschpaket mit Danny gemacht. Über die sieben Todsünden. Und ja, da hatte er mir tatsächlich auch das hier in einem Rieseneimer mit reingepackt. Das ist echt witzig. Von Red Band sind das nämlich diese sauren Zungen. Super sauer. Minis 350 Gramm. Also einfach mal, ne? Sauer macht lustig. Einfach mal so ein Riesentieh hier reingepackt. Krass. Ja, sowas geht auf jeden Fall leer bei uns. Aber ich kriege jetzt schon, wo ich das nur lese, dieses Gefühl von, ich habe was saures gegessen und dementsprechend speicheln. Kennt ihr das? Und das ist, ja, ziemlich witzig. Ja, haben die Männer schon mal was zu essen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt der Box. Und da ist natürlich alles immer so im, ja, schwarz, grau, blau Design. Und da habe ich zuallererst was drin von, ähm, hallo, wer möchte gegrüßt werden? Sandra. Hi Sandra. Ähm, von Baldessarini Cool Force. Das Duschgel, 150ml sind hier drin. Und ich meine, dass ich sogar, als ich jetzt ein paar Adventskalender gepackt habe, das auch in kleinen Größen mit dabei hatte. Es, oder dass ich das als, als Parfum mit dabei hatte oder so, ich weiß es nicht. Ähm, es ist vom Duft her sehr aquatisch, sehr frisch, mag ich eigentlich auch gerne leiden. Das Problem bei diesen Cool Force Geschichten ist, äh, dass das bei uns im Hause nicht bleiben wird, weil mein Freund einfach nicht so gerne diese kühlenden Duschgels mag. Duschgele, Duschgels, ähm, ja, ne, er mag gerne aquatische Düfte und so, aber er mag das nicht, wenn das so kühlt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, äh, nicht so seine Welt, deswegen, ja, geht es weiter, aber sowas ist, glaube ich, auch ganz cool. So nach dem Sport, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du halt so richtig durchgeschwitzt bist und so, bleh, oder im Hochsommer. Ich glaube, das kommt echt gut, ne. Oh, Kiese. Dann habe ich hier das nächste, das wir da safe behalten wollen, von S.Oliver Outstanding Men Protecting 24 Stunden Deo 150ml. Er sagt immer, wenn ich aus dem Raum hier rauskomme, war ein Deo mit dabei. Ich glaube, der musste in den letzten Jahren nicht einmal Deo kaufen, weil ich ihn immer sehr gut versorgt habe. Und, äh, das hier wird auch nicht günstig sein, ne. Das ist ja auch von S.Oliver und so. Können wir mal riechen. Wie sie einfach Deo austestet. Oh, riecht das geil. Das hat auch was ohne Witz, ne. Was leicht Fruchtiges, aber nicht, dass man das direkt so erkennt, sondern eigentlich eher so männlich, ein bisschen herber, aquatisch. Aber dann so eine leicht fruchtige Note mit dabei. Ich mag das sehr gerne. Können wir gerne mal verwenden. Oh, wird er sich drüber freuen, ne. S.Oliver Outstanding. Okay. Das ist cool. Ja, dann kommen wir hier noch zu etwas weiterem, und zwar einem Shaving Foam von Butcher's Sun. Das ist eine Marke, die wir auch durch die Beautyboxen kennengelernt haben oder eben durch die Männerboxen. Und mein Freund steht da total drauf für normale Haut mit Avocadoöl. Und ich habe ihm ja letztens aus, ich glaube, das war ein Männer Adventskalender oder war das die Glossy Boxman? Ich weiß es nicht. Den Rasierhobel ja auch gegeben. Und damit hat er sich auch tatsächlich schon im Gesicht rasiert. Er persönlich mag lieber die normalen Rasierer. Er sagte, die würden halt auch irgendwie gründlicher rasieren. Aber ich glaube, dass er auch super vorsichtig mit dem Rasierhobel gearbeitet hat, ne. Aber sowas kannst du dafür natürlich auch 1A verwenden. Und deswegen mal gucken. Vielleicht wird das behalten. Ich finde, dass die Produkte von Butcher's Sun auch sehr, sehr gut riechen. Die sind nicht super teuer. Die kriegst du, glaube ich, auch im DM oder so, ne. Und ja, da hat er schon viel von verwendet und findet die klasse. Also, supidupi. Hier ist noch so viel drin, aber zuallererst nehme ich mal dieses große raus. Und zwar haben wir von Kaleen Om hier was drin. Und zwar Classic Silver oder Toilette for Men. Von Kaleen habe ich auch schon in den Frauenbeautyboxen öfters ein Parfum drin gehabt. Und ich glaube, ich habe auch schon ein oder zwei Düfte bei mir stehen, die ich zur Anwendung habe. Einen Rose und ein noch irgendwas. Und das sind eigentlich so, ja, Duftzwillinge, Parfümzwillinge, ne. So ein bisschen. Und deswegen ist es gar nicht so verkehrt. Die sind super günstig. Kriegst du für, ich glaube, unter 10 Euro in der Drogerie. 5,99 Euro. Ja, der Wahnsinn in den Tüten, ne. Ist echt krass. Und hier, mein Freund hat halt sein Boss bottled. Und ich glaube, das dürfte auch tatsächlich ein Dupe dazu sein. Also, wenn ich mir allein das Design so ein bisschen angucke. Und dementsprechend ist es dann immer ein bisschen schwierig. Der, ne, ich verschenke die dann meistens einfach weiter. Jo, gucken wir mal. Hier treffen das Selbstbewusstsein der Bergamotte und die Entschlossenheit des Apfels aufeinander. Sie hüllen sich in würzig-holzige Noten und verkörpern männlichen Ehrgeiz. So wird Kalin Om Classic Silver zu einem tiefsinnigen Duft für alle Gentlemen. Stilvoll, kraftvoll, souverän. Ne, ist ganz cool. Und da kann ich euch hier mal das Bild einblenden. Wie gesagt, ich werde das weiter verschenken, weil das macht gar keinen Sinn, ne. Er hat seine Produkte da. Alles gut. Und, ähm, ja. So. Und da bin ich, huch, ähnlich unterwegs wie bei mir selber. Da muss man auch mal ein bisschen sagen, nee, Schätzelein, das kriegst du jetzt nicht. Das hier ist etwas, das mein Freund safe nicht verwenden kann. Weil er hat, ich weiß nicht, ob das drei oder neun Millimeter bei ihm sind auf dem Kopf. Aber da braucht er safe keine Haarbürste. Auch wenn es extra Pasa Men ist. Ähm, ja. Ne, ist es halt eine Haarbürste. Von Pasa hatten wir auch schon öfters mal in Frauen Beauty Boxen Produkte mit drin. Ähm, die Black Box Men gehört ja auch zu der Familie der Pink Box und Brigitte Box und so weiter. Und, äh, da hatten wir auch schon von Pasa was mit dabei, ne. Der einzige, nee, nö, wir fallen schon ein paar mehr Leute ein in meinem Umfeld, die sowas brauchen könnten. Also mein Schwager könnte sowas gebrauchen. Der hat recht lange Haare und tatsächlich auch recht lange Barthaare. Ähm, mein Papa hat auch eine ziemliche tolle auf dem Kopf. Ähm, doch, da könnte ich mir das vorstellen, wirklich, ne. Für Multiple Styles, antistatisch. Ach Mensch, was war ein Carbon Professional. Das sieht auch echt schön aus. Also das kann ich mir vorstellen, dass Männer sowas gerne verwenden würden, ne. Ja, eine Haarbürste. Auch mal was Neues in dieser Box. Hatten wir, glaube ich, so noch nicht. Vielleicht mal so ein Bartkamm. Aber noch nie eine richtige Haarbürste. So, und dann wühle ich mich weiter nach unten. Da habe ich jetzt hier von Schäbens ein Nacht Repair Konzentrat. Zellregeneration, intensive Feuchtigkeit mit, huch, Jojobaöl, Proretinol und Mandelöl. Und ich meine, dass ich, ähm, in der Glossybox Men auch was ähnliches drin hatte. Und da habe ich auch gesagt, ähm, bei Männern ist halt immer so eine Sache mit der Gesichtspflege, ne. Sowas wendet man dann vielleicht einmal in der Woche an. Hat dafür aber dann eine viel, viel intensivere Pflegewirkung, als wenn du einmal nur so ein bisschen Serum verwendest oder so. Oder eine Creme. Und, ähm, deswegen ist sowas eigentlich für richtig faule Männer, Männer super geeignet. Und finde ich gut, dass es hier mit in der Box drin ist. Und ja, ne, vielleicht kriege ich meinen Freund noch dazu, das zu verwenden. Er hat von mir auf jeden Fall letztes Mal die Ampullen auch bekommen. Ich glaube, eine hat er angewendet. Das ist lang. Wie viele Wochen hier? Ein paar. Und hier ist noch was mit dabei. Das wird er nicht verwenden. Aber das, äh, werde ich dann vielleicht verwenden. Von Barbour SOS Ampul Concentrates Active Purifier Mask. Äh, Anti-Pickle Purifying Refining. Das ist ganz cool, ne. Denn das ist von Barbour so eine Maske, die man sich dann so selber anmischen kann. Muss man so ein bisschen rumknicken. Da muss man das miteinander verbinden. Und dann hast du das Serum da drin, hast du eine super feuchte Maske und hast du deinen Spaß fürs Leben. Ist ganz cool. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass, oder, du machst dir erst das Serum drauf und dann die Maske. Irgendwie so wahr. Das ist ganz fancy. Ähm, hatte ich schon mal im Blau da. Und jetzt habe ich hier das zur Porenverfeinerung. Also entweder werde ich das verwenden oder ich werde es weitergeben, weil mein Freund wird es safe nicht verwenden. Und liebe Vanni, auch an dich, liebe Grüße. Genau, ich sollte vielleicht mal drüber nachdenken, den Flugmodus in meiner Nieren zu machen. Aber Leute, das war jetzt die Box. Und ich muss sagen, wie immer, ich bin geflasht. Und dafür, dass wir halt 16,95 Euro dafür ausgeben, bekommen wir halt immer einen bombastischen Inhalt von der Box. Mensch, Vanni. Und, ähm, es ist schon, es ist schon krass, ne, also was du dafür bekommst. Und halt jedes Mal gefühlt ein Parfum mit dabei zu haben, ein Duschgel, ein Deo, dies, das, ananas, immer so ein bisschen, ne. Das finde ich cool. Und deswegen läuft das Abo auch weiter, auch wenn ich weiß, dass mein Freund nicht alles davon verwenden wird. Aber es kommt Weihnachten, es kommt Ostern, es kommen Geburtstage und so. Und da freuen sich die Männer tatsächlich immer drüber, wenn ich dann denen auch was schenke. Bei mir im Umfeld, also in meiner Familie, hat sich jedermann darüber gefreut, auch von mir dieses Jahr einen Adventskalender zu bekommen. Ganz alleine, nur für sich. Und, ja, deswegen, ne, finde ich das auch immer ganz schön, einfach sowas weiterschenken zu können. Und, ähm, ja, das war's jetzt hier von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!